Die Herausforderung Denn das Erreichte genügt uns nicht. Wir wollen mehr und sehen die Dinge mit eigenen Augen. Ich finde Beton einfach stark. In meinem Freundeskreis sorgt das für manche Lacher, aber meine Urlaubsfotos sehen einfach anders aus. In jedem schlummert ein Entdeckergeist, den man nicht einfach an- und ausschalten kann. Mein Sohn hat mich gefragt, was ich bei uns im Forschungsinstitut mache. Da habe ich geantwortet, das ist im Grunde wie beim Backen. Zuerst muss man das Handwerk beherrschen, um dann neue Rezepturen entwickeln zu können. So schaffen wir innovative Produkte. Daraus entsteht die für uns typische Innovationskraft. Unmöglich gibt es nicht. Beispiel Nano-Dur. Extrem fest und doch filigran. Ein Spagat, der nur gelingt, weil wir Rezepturen beherrschen, die für Extreme gemacht sind. Dieser Nano-Dur-Würfel könnte immerhin das Gewicht eines Airbus tragen. Oder unser Drehnbeton. Er bietet hohe Tragfähigkeit, trotzdem kann Regenwasser einfach versickern. Das entlastet Kanalisationssysteme und verringert Aquaplaning. Es sind oft die unkonventionellen Ideen, die Innovationen möglich machen. Auch beim Brennstoff. Was andere wegwerfen, können wir verwerten. Wir setzen Sekundärbrennstoffe ein, um den Einsatz fossiler Brennstoffe zu reduzieren. Und die Nutzung von Ersatzrohstoffen trägt dazu bei, natürliche Ressourcen einzusparen. Das hilft uns und der Umwelt. Die Einführung solcher Maßnahmen gelingt nicht mal so nebenbei. Ohne komplexe Prozessleitsysteme geht heute nichts mehr. Wir sind erfahren, wir kennen jedes Detail und wir wissen, wie wichtig es ist, das auch weiterzugeben. Wer hier anfängt, übernimmt schon früh Verantwortung. In unseren Werken werden täglich Tonnen von Rohstoffen verarbeitet. Unsere Kunden müssen sich auf die permanente Homogenität unserer Produkte verlassen können. Deshalb stellen wir bei Auswahl, Mischung und Verarbeitung aller Rohstoffe die strengsten Anforderungen. Damit bei unseren Zementsorten selbst der kleinste Bestandteil von gleicher, hoher Qualität ist. Es ist wirklich aufregend, an welchen spannenden Projekten wir international zusammenarbeiten. Guten Tag, willkommen zu einer Konferenz. Hallo, alle. Hallo, ich bin in der Stadt. Meine Tochter ist schon richtig gut. Was würde sie wohl schaffen, wenn sie unsere Möglichkeiten zur Verfügung hätte? Selbst ich staune immer wieder, wie vielseitig unsere Produkte im Alltag eingesetzt werden. Ich stelle mir vor, dass viele mit einer Vision begonnen haben. Und wir können die Vision mitgestalten. Wir können die neue Zukunft ansehen. Wir kochen unsere 애ikernis. Wir können die ihre Automatismus Mailieren nicht aus butonhalten.